Also der User im Iran, der muss Geld für den Computer haben, der muss Geld für eine Internetverbindung haben, der muss ein bisschen, wenn er dann irgendwie von der Zensur sich entfernen möchte und nicht unbedingt in diesem zensierten Internet, was sich ganz gern Halal-Internet, als Halal-Internet bezeichnet, befinden möchte, dann muss er sich ein VPN oder eine Torverbindung auch noch dazuholen, was dann natürlich an der Grenze des Illegalen ist. Das Internet selbst ist furchtbar langsam und mehr als 80 Prozent der User im Iran benutzen immer noch Dial-Up-Karten. Das sind so Einwählkarten, die genauso funktionieren wie ISDN-Verbindungen und dementsprechend auch unfassbar langsam sind. Und das dauert dann so, wenn man zum Beispiel einen Track runterladen möchte, irgendeine Datei, die irgendwie, sagen wir mal, so fünf Megabyte groß ist, das dauert dann zwölf Minuten, so etwas runterzuladen. Das ist richtig schmerzhaft langsam. Der meinte ja, dass das iranische Internet ein zweischneidiges Schwert ist, dass das Internet ein Geschenk Gottes ist, aber ein zweischneidiges Schwert ist. Und dass dieses zweischneidiges Schwert eine Kette braucht, die man beim Schmied jetzt anfertigen lässt. Und das ist dann wieder eine Drohung, dass das Internet noch weiter zensiert wird und dass die Leute, die das benutzen, wahrscheinlich noch mehr in Gefahr geraten werden. Aber auch, dass sie jetzt auch versuchen, kreative Maßnahmen zu produzieren, um das Internet irgendwie für sich zu gewinnen, weil es keine Regelungen gibt, weil es keine Guideline gibt, wie verhalte ich mich gut als User. Aber das ist mit Absicht, das ist ein absolut, dieses Erstellen von einer absoluten Intransparenz ist, um dich zu verunsichern und dich dann letzten Endes dazu zu bringen, dich selbst zu zensieren oder gar nicht mehr zu bloggen oder überhaupt gar nicht mehr aktiv zu sein, weil die Gefahr von der virtuellen Realität in die reale Welt überschwappen kann. Und dann plötzlich stehst du da und bist im Gefängnis und wirst vielleicht manchmal zu Tode gefoltert. Politische Zensur immer dann, wenn man das Regime beleidigt oder wenn das Regime glaubt, dass Lügen erzählt werden über das Regime oder wenn man explizit sich komplett gegen das Regime äußert. Und genauso ist das auch, also das ist wie man mit politischen Inhalten handhabt, auch wiederum die Regelungen sind wieder ziemlich vage. Das heißt, man weiß nie genau, in welchem Bereich man sich befindet, wenn man denn eine Meinung äußert oder einen Blogpost veröffentlicht, ob man sich jetzt im sehr kritischen Bereich befindet oder halt nicht. Das ist auch so eine Stimmungsfrage des Regimes. Ja genau, die haben das für sich seit einigen Jahren noch als Tool entdeckt und benutzen das auch. Und deswegen zum Beispiel einer dieser Schritte, wo sie den Spieß dann umdrehen, ist dann zum Beispiel dieses Beispiel über diese 403-Fehlermeldung, die jetzt nicht mehr so aussieht, sondern tatsächlich viel freundlicher aussieht, eine große Linkliste, die anbietet. Die haben ihre eigenen Services online jetzt und auch wirtschaftlich ist das ein großer Faktor jetzt im Iran. Und Webseiten, die haben halt ihre eigenen sozialen Netzwerke und haben auch konservative Blogger, als Gruppe, die auch ständig am Wachsen ist, Leute, die für das Regime sprechen. Ein Journalist von Al Jazeera hat vor einigen Jahren mal gesagt, dass der Iran mehr Geld in das Zensieren des Internets und das Blockieren des Internets ausgibt als das Ausbauen der Infrastrukturen und das Zensieren für die ganzen Monitoring-Pakete und Technologien, die sie eigentlich angekauft haben, damit das Internet noch mehr kontrolliert wird.